Leverkusen ist für mich eine sehr starke Mannschaft mit überragenden Einzelspielern, die auch ein Spiel alleine entscheiden können, aber trotzdem sieht man, dass im Moment nicht so viel bei denen läuft. Die haben auch ein bisschen Probleme und wir wollen das natürlich versuchen auszunutzen. Es ist schön, dass wir wieder ein Heimspiel haben. Auswärts sind wir ja diese Saison nicht so erfolgreich. Ich hoffe einfach, dass wir das Stadion wieder gefüllt bekommen, dass die Fans uns weiter unterstützen, weiter anerkennen, dass wir Spieltag für Spieltag alles geben. Ich glaube, daheim sind wir, und das haben wir in den vergangenen Spielen auch gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind mit jeder Mannschaft. Wir wollen uns vernünftig präsentieren hier zu Hause vor unseren Fans, die immer zahlreich sind, die uns immer unterstützen. Da wollen wir natürlich auch denen ein gutes Spiel abliefern. Nicht nur Kampf und Einsatz, sondern auch mit der Kugel was Vernünftiges anfangen, so wie wir es eben auch die letzten Heimspiele gemacht haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.